Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Arcavoration. Ich habe mir hier ein paar Betten hingelegt, ich habe mir eine Türe eingebaut und ich habe mir ein paar Blümchen mitgenommen. Noch was mache ich jetzt? Also die Electrophorus sind passiv zu zähmen und sie wollen Blümchen. Es ist nur die Frage. Hier ist noch gar keine Blümchen. Moment. Ach, Biotoxin, okay. Ich sagte passiv. Ja, super. Obwohl, da sind jetzt noch mehr. Sehr gut. Die zwei waren schon ganz nett. Warten wir mal, bis die zwei hungrig sind. Wieso habe ich dann die Blumen jetzt? Die waren doch, keine Ahnung, aber gut, dass ich das Biotoxin mitgenommen habe. Am besten dann beide ganz schnell hintereinander füttern. Not hungry, not hungry. Ja, der könnte. Könntest du jetzt hungrig werden? Das ist das erste Mal, dass ich Elektrophorus zähme. Komm, krieg Hunger, bitte. Obwohl 40 Prozent heißt, musst du noch einmal. Ja, beim nächsten Mal. Jetzt ist es interessant dann. Dann ist es Mist, dass ich nur 50 Biotoxin mitgenommen habe. Aber notfalls zählen mal eine Gnitara. Ja, der würde. Der würde. Der auch. Okay. Viel Biotoxin. Nee, ich möchte euch beide haben. Danke. Könntet ihr jetzt aufhören, euch gegenseitig fertig zu machen? Also echt. Kommt her mal, ihr zwei. Ihr zwei, ihr stellt euch jetzt mal bitte hierher. Ja? Gut. Kann man euch auch einen Auftrag geben? Moment mal. Kann man. Ich bin ein guter. Ich bin ein guter. Wir tagen euch nicht. Wir tagen euch alle, einen. Und wir machen euch die Skokse. Das ist schon sehr schön. Und wir brauchen die Skokse. Komm schon, Leber. Ich habe zwei Elektrophores. Oh, was ist denn das da hinten? Ach du Scheiße. Okay, ich muss mal nach oben. Oh. Oh Mann, okay. Aber es war zumindest eine nette Idee. Anglerfische sind doch auch passiv, oder? So. Irre ich mich da. Die konnte man doch auch passiv zähmern. Oder auch nicht. Also gut, Elektrophores waren auch eine nette Idee, haben aber auch nicht lange überlebt. Jetzt probieren wir vor der Krabbe davon zu kommen. Krabbe? Ich gehe in mein Haus. Tschüss. Äh. Wo sind die Krabbe? Vielleicht hätte ich doch nicht so viele Fenster bauen sollen. Wo ist die Krabbe? Krabbi? Warte mal, ich habe doch Leuchtsticks. Habe ich. Da ist die Krabbe. Die braucht doch eine Kanone. Warte mal. Können wir die da themen? 108. Das war doch das, da muss man den Körper treffen. Das kriege ich nicht da hin, da drinnen. Nein. Ähm. Die fühlt sich da unten wohl, gell? Ach, zwei! Das sind zwei. Das sind zwei Level, 112 und, ne, das ist der Anglerfisch, 108 war, glaub ich, die andere, oder? Sieben. Keine Krabbe? Krieg ich das hin? Ich wüsste nicht wie. Moment mal, lass mich überlegen. Eine Krabbe. Aber mit der hätten wir gewonnen, doch erinnern. Mit der wären wir quasi unbesiegbar. Na gut, ich weiß ja, dass wir, wenn man auf die Dinger drauf hat, sollten sie weg sein. Oder auch nicht. Was mach ich mit denen jetzt? Okay, ich lass mal alles da und überlege mir, wie ich jetzt Krabben hier unten ziehe. Ja. Äh, Pftrop. Die Biotoxin lass ich da. Äh, die Ersatzrüstung lass ich da. Alles andere hab ich oben. Hm. Ups. Ja gut, dann gehen wir halt da rum. Na komm, ich bin doch immer da hochkraxelt. So. Okay, ähm, Krabbenziemern. Ups. Ja, warum nicht? Wir machen in der Höhle da unten neue Sachen. Wir haben jetzt zum ersten Mal ein Lektrophorus gezähmt. Warum nicht hier jetzt auch Krabben zähmen? Ich mein, wir haben zwei zur Auswahl. Braucht ich hier nur eine bereit erklären. Ähm. So. So. Oh Mann. So, ich hab Durst. Ich möchte auch wieder... Okay, halb durch ist trotzdem meine Rüstung. So. Also es wird immer besser. Ähm. Die Idee mit den, äh, Piranhas kann ich allerdings jetzt definitiv aufgeben. Ich glaub nicht, dass Piranhas mit Krabben fertig werden. Glaub ich nicht. So. Na komm, geh hoch. So. Boah, ich wollte ja sowieso noch eine Krabbe ziehen, Mann. Ähm. Okay. Ja. Genau von deinen Artgenossen spreche ich hier. Komm her, du komische Krabbe. Genau, sowas wie dich will ich jetzt zähmen oder zweimal umbringen. Okay, ähm. Ich mein, es reicht ja einmal gezähmt. Ich brauche nicht einmal zweimal. Eine wäre voll ausreichend. Wir haben halt zwei Versuche. So kann man es sehen. Wir haben zwei Versuche, wenn wir da zwei Krabben stehen haben. Gut. Das ist der Vorteil an einem kurzen Weg. Man ist ja schnell wieder daheim. So. Jetzt dürfen wir wieder mal alles reparieren gehen. Diese Höhle ist auf jeden Fall die teuerste, die ich bisher hatte. Ne. Das ist da mal falsch. Das ist da mal falsch. Okay. So. So, dann muss ich kurz mal schauen, wo mein Ton schon wieder hin ist, weil es ist schon wieder viel zu leise. Ja, das sage ich doch. So. Und dann, ähm. Cara. Kakinus. Genau. So. So. Ah. Ja, dann Kakinus Sattel brauche ich dann natürlich auch mit. Hm. 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 Bla 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 bla. Genau. Es gibt doch ein Alpha Kakinus. Weiß ich ja. Der Drop ist mir egal. Ähm. Unbeweglich machen kann man mit der Chain Bowler, mit der Large Beer Trap oder Plant Spezies Y. Ach, kann man da die Samen schmeißen? Der bleibt trocken. Also, als erstes mal einen, ähm, haben wir den gelernt? Wahrscheinlich nicht. Ne, jetzt mit dir. Gut, dann. Was brauche ich? Fungelwood. Okay, ja, gehen wir mal 200 Fungelwood holen. Komm her. Ich brauche nur 200, die haben wir ganz schnell. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, auch keine mit. Die Tür geht eh von selber zu. Ähm, da ist noch alles weg. Okay, komm her. Komm, dreh dich um. Ja, komm. Äh, wieso hat sich die jetzt so komisch dreht und dann nicht weiter? Werde ich mal weiter. Jetzt hat er sich schon umtrefft. So. Gut. Ich sag nie wieder, ich brauche nichts mit. Egal. Könnten wir jetzt einfach 200 Fungelwood holen. Und dann wieder nach Hause gehen. 100 haben wir schon. Na, komm. So. So. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Machen wir alles kaputt. Ja. Ja. Hm. Hm. Okay, dann holen wir uns mal den Karpinosatel. So, okay. Ja, die ist dann ich mit der Planspätszeitfrucht. Ja, entweder mit einem Katapult-Turret oder keine Ahnung. Ja, Hitting the Crab Body. Okay, schauen wir mal. Also, entweder die Kanone. Ja, könnte man machen. Oh, da ist Katapult. Warte mal, da gibt es doch den Dodo-Text. Jetzt bin ich mal so. Chaming und dann nicht Piranha, sondern Kargino. Mal schauen. Ups, kennt er nicht. Karginos, okay. Vielleicht hätte ich es unter Mehrzahl suchen müssen. Mark Carboniniskibbel, das ist mir ehrlich gesagt egal. Marks Boiled Meat, isst aber notfalls auch normales Fleisch. Okay, ja. Irgendwo hat er da noch stehen. Ich brauche den hier. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm. Ripto, that's okay. Okay. Kein Damage, interessant. Können wir tragen werden mit. Okay. 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 With Katapult steht da überall. Na gut, dann schauen wir mal. Das ist aber, glaube ich, das Vorschau, oder? Beer Trap and done with a Katapult. Ja. Using a cannon will K.O. any level grab in one hit. Echt? Mit der Kanone kann ich ihn mit einem Schuss? Das werden wir ausprobieren, Leute. Also steht da als Tipp. Probieren wir jetzt. Wir werden sowas von draufgehen dabei. Egal. Was brauchen wir? Haben wir alles? Und haben wir eigentlich auch, wo ist das Messie? Okay. Ein Katapult. Nein, eine Kanone wollten wir jetzt bauen. Und dann sagen wir mal, ich bin ja nicht die Geschickteste. Wir machen ein paar Kugeln. Autsch. Mist. Da war ja was. Die sind ja so verdammt schwer. Da war ja was. Das stimmt. Autsch. Wie viel Gewicht haben wir jetzt? 233. Das ist schon besser. So, dann schalten wir das hier aus. T, T, T. Komm du noch mal runter. Was hast du da noch am Müll? Was hast denn du gelotet? Oh, du kannst nicht mehr tragen. Du bist überlastet. Okay. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nimm mal eine von denen, dann kannst du eine mehr tragen. Okay. Das wird zu der bei daneben gehen. Egal. Wir probieren das jetzt. Mehr sterben können wir nicht. Und da unten haben wir jetzt zwei, drei Betten. Boah, ich fliege eigentlich, aber ist egal. Er hat scheinbar nicht mitbekommen, dass ich gleite. Okay. Und wieder rüber. Einmal kurz stamina. Und dann darfst du wieder da rein. Könnte gleich mal. Na komm her. Guck, guck, guck. Ich bin gespannt, ob das was wird. Gammelfleisch. Oh, na ja gut. Das holen wir uns. Im Prinzip ist mir egal, wie gut die Effizienz ist. Ich muss nur... Es muss am besten nur einer getehmt werden. Ich meine, von mir ersuche beide, aber... Ich bin schon froh, wenn ich es mit einem schaffe. So. Na komm, geh hoch da. So. Okay, hab ich alles. Ein paar Schüsse, die lassen wir da. Das nehmen wir mit. Ja, und mehr kann ich eh nicht tragen. Ach so. Oje, ich hab's gesehen. Ich hab's leider gesehen. Das hier kann da bleiben. Ich hab dafür meine Rüstung. Passt. Gut. Komm, gib mir mal bitte deine Leuchtstufe. Dankeschön. Mhm. Wieso spawnt da drinnen jetzt immer mehr? Ja, na komm. Und rein da. Gefühl zum 50. Millionsten Mal. Riecht aus. Riecht an. And nameless. Das ist Mist. Level. Es ist mehr als einer. Komm weiter. Weg da. Komm. 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 5 4 4 Komm her, Lydian Geh weg da Okay, die machen zwar kaum Schaden, aber trotzdem 112 ist aber gemein, ja 5 Komm hoch da Nein So, jetzt werde ich hier bewusstlos umkippen, oder? Wahrscheinlich Ja Ich habe nichts Wieso stehe ich denn noch? Mist 56 Torpa Steigt noch Steigt immer noch Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Tschüss Es ist Und dann geht es weiter.